Hier haben wir ihn, ne? Hier ist sowas... Hier? Neh... Hier oben drauf vielleicht? Ah, hier. So, dankeschön. Ich würde aber jetzt sagen, wir machen einen Cut, ne? Können jetzt noch... Okay, wir können noch hier ein paar Sachen machen. Da Kontakt helfen, um Missionen freizustalten. Unbekannt. Achso. Wir müssen sich aber eigentlich melden, ne? Ähm... Inventar... Ne, Quatsch. Waffen... Nehmen wir das. Ähm... Ich brauche Kerne, wa? Ja... Es wird dann nix. Die vier haben wir hier. Sieben. Waffen-Jongler. Ist auch nicht schlecht. In den Reihen verstärkter Nachladen. Verstücke ich, dass du den... für fünf Sekunden lang hundertprozentig schneller nach... Großspezial-Munitions-Tasche... Jo... Jo... Ähm... Aber durchschlag... Ist auch nicht schlecht. Dann nämlich... Die beiden hier. Dann... Haben wir... Fahrzeuge... Hm... Das geht nicht. Können wir hier was nehmen. Hm... Hm... Ja... Es ist nicht schlecht. Ich werde jetzt Schaden durchkugeln. Oh... Ich mach das einfach mal. Hm... Das war nicht schlecht. Stufe 2 gesperrt. Wie... Warum? Ähm... Das können wir machen. Hm... Ah... Weil das hier nicht aktiviert ist. Okay. Ähm... Machen wir mal... Ja... Es ist schon... Das hier... Fernseh nur... Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Was machen wir da als nächstes... Überhaupt... Konvoi... Äh... Hier sind noch nicht alle Lagerkissen... ...gemacht worden, ne? Ähm... Ja... Dankeschön. Viel Glück. Sagt sie. Und jetzt zur nächsten Mission. Wir haben... Die Frau jetzt auch auf 5. Die wird sich auch immer mal erinnern. So... Ähm... Wie ist denn der? Sag mal... Da schmeckt mir den Eingang nicht. Irgendwo ist er hier wieder versteckt. Da. Uh... Datenpad. Ehm... 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 Ist es hier, oder? Hier. Ah, gehts ja noch runter. Hey Walker, hier unten. Ah ja, sie ist schon. Reden wir. Also wo liegt das Problem? Gulo ist verschwunden. Und ohne ihre Infos sind wir aufgeschmissen. Ach ja. Nun der Scrambler sollte den Sicherheitscheck der Obrigkeit überstehen. Dafür muss er aber auf ihr aktuelles Sicherheitssystem ausgerichtet sein. Sonst klappt es nicht. Gulo sollte nachforschen. Jetzt ist sie weg. Kurz vor deiner Ankunft. Traf endlich das hier ein. Marsch. Gulo hier. Ich habe einen alten Obrigkeitsbau gefunden. Über den Uplink dort sollte ich herausfinden können, was für ein Sicherheitssystem die Obrigkeit nutzt. Aber es gibt Probleme Marsch. Die Hügel sind voller Emote shrouded auf der Suche nach Deck und Kills. Ich bleibe in Deckung und halte Ausschau. Einschränklicher Spion. Schnapp sie. Bring sie zur Stirnackenfestung. Marsch. Ich habe einen Weg. Sie haben mich. Marsch. Die Immortal shrouded sind kranke Bastarde. Die foltern aus Spaß. Wir brauchen die Koordinaten zu diesem Obrigkeitsbau. Und es wäre besser, wenn meine beste Spione nicht stirbt. Von wegen Immortal. Die werden schon noch sterben. Ich hole sie da raus. Viel Glück Ranger. Bring den kleinen Fuselschwamm lebend zurück, ja? Was ist das denn hier? Ah, ich bin schonmal hier drin. Hier, hier kommt man ja nicht hoch. Hey. Warum springt der denn nicht? Wieso macht der Doppelsprung? Geht gar nicht. Komisch. Äh. Alter. Da muss ich auch hier faribakadieren. Heftiger Mann. Bleib wachsam da draußen. Muss erst mal 10 Kilometer laufen. An denen er nicht mal sieht. Kann ich nicht mehr Doppelspringen? Was ist denn das? Die Aufgabe... Ach du Scheiße. Ist ein bisschen weit weg, ne? Ähm. Hey, ist aber ne Kiste. Warte. Ja. 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 Ich muss schon mal was. Ich scheinbar hier bin. Wunderbar. Ja. 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 Ach du Scheiße. Ja. Ich habe schon einiges. Cooler auch. 9000. Mal so und sowas. Ähm. Anotrikenverstärker. Wir haben uns 4 Stück. Den Rest durch Spammer. So kann ich nicht doppelt springen. Ja. Ja. Wo ist die fucking Tue? Ähm. Hey Ranger. Yo. Hey Ranger. Hey Ranger. Ho. Yo. Yo. Kann man echt. Kann man echt fühlen. Ähm. Ähm. Was. Wie ist das? Die Netschkene. Los um Dagger bis hier hoch. Keine Ahnung, wie man hier... ...die Waffe, äh, das Fahrzeug spielt. Ah, jetzt kommt die. Schieß los! Tja, der Panzer aus Claytons Gruselkeller, der läuft nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Lösung. Ich komme zu dir ins Büro. Ich glaube schon, auch mit der schwierigsten ist die nun begonnen, ne? Kann das sein? Weil der ganz rechts war und ja. Die andere ist halt links und der mit sich. Ach stimmt, ich muss ja hier... Warte mal, ich muss hier ganz kurz den Cut machen. Aber wir sehen uns gleich. Bis gleich. So. Oh. Nehmen wir mal den Zahn zu, ne? Äh. Ja, aber hier waren wir schon mal, ne? Kann man hier filmen? Sorry. Die Lektion ist alle. Stuntman. Ey, ich bin nicht schon Stuntman. Munition aufgebraucht. Sorry. Die Lektion ist alle. Munition aufgebraucht. Gut. Gulu trägt ein Locustgerät bei sich. Technologie für Informanten. Es gibt ein Signal ab, das du auf dieser Frequenz empfangen kannst. Echt raffinierst du? Ja. Umfestung. Ziel erreicht. Hier befindet sich auf der linken Seite. Komm bald wieder, Walker. Äh. Komm, Munition noch von der letzten Quest mit. Äh. Ja. Ja. Und. Gleißendem Stand. Diese Lücke zu füllen. Wird aus unserer kleinen Gemeinschaft ausgestoßen. Hallo. Wann ist denn jetzt hier, Lippe? Wer kommt unter. Wer kommt unter. Wer kommt unter. Wer kommt scherzlich. Galt die mich an. Sag mal. Flortel! Angriff! Fraudet kennenzulich. Habist du ja. Was ist denn los? da können sie nicht mehr machen es war ein bisschen weiss was Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Wie viele Oster? Aint auch. Aha. Puh. Alter. Hat die Ausheiten, ne? Das ist echt richtig. Sieben Truhen sind hier. Schon verpasst du jetzt zum Ziel, aber wir warten... Wir gucken uns noch um. Bei sieben Truhen. Bin ich mir nicht vergehen lassen. Mal da. Oh. Ähm. Ähm. Was ist das denn für ein Raum? Ein Verhörraum, oder was? Da oben vielleicht? Äh, da ist ja was. Der Schrott aber nur. Ja. Hast du okay, mein Auch? Hauch. 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 Ida hat aber hier so seine Tage gehabt. Ähm. Da auch. Ball. Weee. Wunschel. Überhaupt nicht. Ja, gut. Mehr sehe ich jetzt nicht an Truhen. Liefer mal. Vier von sieben. Äh, jetzt sind drei vielleicht im... Ach, hier war mehr. Weiter. Komm. Oh, hier ist ein paar Truhen, ja. Gulo. Tod. Aber das Signal ist noch aktiv. Sie muss den Locust verschluckt haben. Ja. Tut mir leid, Gulo.